Ankick zu einem Fußballspiel der etwas anderen Art. Vertreter sämtlicher Religionen matchten sich mit Politikern aller Lager im Rahmen der österreichweiten evangelischen Kirchenaktion Du bist mehr, die letztes Wochenende stattfand. Ich denke, das wahre Spiel ist ja hinter den Kulissen. Dort, wo die Begegnungen sind, wo man miteinander ins Gespräch kommt, wo verschiedene Kulturen aufeinandertreffen. Und es ist schön, dass man das in einem Spiel dann zum Ausdruck bringen kann. Ich habe hier den Fußball insofern schätzen gelernt, weil der Fußball etwas kann, was wir als Religionsgemeinschaft noch nicht können, wirklich etwas gemeinsam zu tun. Beten können wir noch nicht gemeinsam so gut, aber Fußballspielen können wir gemeinsam. Und was dadurch entsteht, das ist wirklich Kontakt, Begegnung, sodass dann vieles andere noch tragfähig werden kann. Die letzte Fußball-Europameisterschaft hier bei uns in Österreich gab buchstäblich den Anstoß für dieses bemerkenswerte Spiel, das nun bereits zum vierten Mal stattfindet. Und wir sehen, das ist ein ganz tolles Projekt im Bezirk. Und war mit der Maria damals die Initialzündung bei der Europameisterschaft über alle Regionen hinüber. Und da kann man ein paar Reihen abbauen und das finde ich ein tolles Projekt. Wir benutzen den Fußball, um miteinander Spaß zu haben und um uns kennenzulernen. Damit wir, wenn wirklich irgendeine andere Sache sein sollte, wo wir uns gegenseitig brauchen, damit wir dann schon eine kleine Basis da haben und man sagen kann, da greift man zurück. Das Team der Vereinten Religionen war am Feld überlegen und besiegte die Mannschaft der Politik mit 1 zu 0. Vielleicht auch wegen der Unterstützung von ganz oben. Erstens das, zweitens glaube ich, dass das Zusammenspielen zwischen Religionen tatsächlich in Graz wesentlich besser funktioniert als zwischen den Parteien. Aber ich würde es denen auch wünschen. Aber dafür, dass wir als Mannschaft noch nicht zusammengespielt haben, über Parteigrenzen hinweg, war es ganz gut. Aber ich glaube, für die Politik wäre es allgemein gut, wenn man ein bisschen auch das Zusammenspiel besser trainiert. Also ich glaube, das war einfach wirklich Glück. Ich glaube, dass Gott wirklich in unser Leben eingreift und teilnimmt an unserem Leben. Bei so einem Fußballspiel bin ich mir nicht sicher, ob er da bei jedem anwesend ist. Manchmal gibt es für Niederlagen auch eine ganz profane Erklärung. Ich habe in meiner Jugend so viel Fußball gespielt, dass ich manchmal glaube, ich kann es noch. Aber es spielt sich leider nur mit dem Kopf ab und die Füße tun nicht mehr so mit. Leider konnten nicht alle mitkicken, obwohl es schon einige ehrgeizige Kandidaten unter den Zusehern gab. Wenn ich eingeladen wäre, dann hätte ich gespielt. Welche Position hätten Sie gespielt? Wie sagt man das? Tormann. Weil es ist auch ein Teil zum Anschauen. Aber nur wenn man bei der stärkeren Mannschaft spielt. Ich weiß schon, dass sie nicht... Also sie spielen schon, aber in einer friedlichen Atmosphäre. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Atmosphäre vom kleinen Fußballfeld in Graz-Eggenberg hinausgetragen wird. In die große, weite Welt. Vielen Dank. Vielen Dank.